Musik Hallöchen und herzlichen Willkommen zu Half-Life Heute spielen wir als Gordon Freeman Und werden ein bisschen Spaß haben Ich hab's mir gekauft, weil ich Half-Life liebe Und ich will gerade zurückrutschen, das geht nicht Meine Beine sind eingeklemmt, nein Ich liebe Half-Life Zumindest die Story Aber ich hab's So, jetzt ist mal richtig Ich hab's noch nie gespielt Und das wollen wir mal nachholen Und deswegen spielen wir das jetzt Ich kann euch nicht versprechen, ich glaube Ich kann's ruhig auf normal stellen So schwer ist es ja nicht Headphones Jetzt wird sich das nochmal ein bisschen ändern Ja Reverse Mouse, Mouse Filter Mouse Sensitivity Ja, bitte High Ist angenehmer Apply Ja, so Keyboard, wichtig Äh Move forward WASD, ganz normal Spaß ist Jumpen Ducken Ducken Ist Steuerung Äh Use Item E wie immer Primari Attack Ist Mouse 1 Secondary Attack Ist Mouse 2 Reload Weapon Ist R Walk Move slowly Ist Shift Okay Nicht rennen diesmal Flushlight Es ist F Und ich mach mal Das Spiel lauter und mich leider so Äh Spray Logo Ja Heal Up Heal Down Queue Passt hier alles Advanced Enable Developer Konsole Okay Weil Ihr kennt mich ja So Ich spiel natürlich auf einer anderen Auflösung Als die hier Nicht Ich lass die mal bei Weil kann ich hier Vielleicht 16 zu 9 Ah 16 zu 10 Ah Meine Auflösung Gut Dann werde ich jetzt kurz mal die Aufnahme unterbrechen Dann sehen wir uns gleich wieder Wenn er die Auflösung geendet hat Ist glaube ich besser für uns So Da sind wir auch wieder Jetzt sind die Frames auch deutlich runtergegangen Dafür ist die Grafik besser Und wir gehen gleich mal New Game Blackmesser Inbound Bin ich mal hier spannend, wa? Good morning And welcome to the Black Mesa Transit System This automating train Is provided for the security And convenience Of the Black Mesa Research Facility Personnel The time is 8.47 a.m Current topside temperature is Out Out Sehr laut So leid es mir tut Aber ich stelle es mal runter Vielleicht mal auf so Sonst Äh Bröll es mir so in die Ohren So Ja ist besser Zug Ich will gucken Wo geht es denn hier hin Ist ja dunkel Ach Fehl Ja Schnelle Map Changes Inbound From Level 3 Dormitory To Sektor C Testlabs And Kontrollfacilites Juhu Ich bin jetzt Behinderte Im Rollstuhl Rakete Fette Rakete Da rostet's Da rostet's Das hier wird ja auch kein Free Man's Mind Also Wie verarschen So viel Map Changes Epic Da geht's raus Ach da ist die Tür Ich probiere es aber Sie geht nicht auf Eppisch Da will ich rein Ja Wuh Makin Bacon Und weiter geht die Fahrt Wo bin ich denn hier eigentlich Also Black Macer Ja Aber Dunkel Oh Hmm 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 Eine Erinnerung, dass der Black Mesa-Hazard-Course-Dekathalon diese Nacht auf 19.00 Uhr beginnt in der Level-3-Fazilie. Die Semifinals für hohe Sicherheit-Personal werden in einer separateen Secure-Access-Transition bezeichnet. Erinnern, mehr Leben in ihrer eigenen kann auf deiner Fittigkeit dependieren. Episch, episch! Nö! Willhaben! Aus Lego! Wui! Der ist toll! Toll, toll, toll! Sehr toll, 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 toll! Und jetzt? Ah, Map-Change! Das ist schon der dritte! Das Spiel ist so klein gemäppt! Eine Erinnerung zu allen Black Mesa-Personellen. Reguläre Radiation- und Biohazard-Screenings sind eine Reaktion von in der Black Mesa-Hazard-Course-Fazilie. Oh! Noch einer! Oh! Oh! Roboter! 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 Der wart schelt da jetzt einfach mal so rein! Und jetzt? Loading Äh Wie Ich hab doch schon wieder links und rechts vertauscht, ich glaub's ja nicht Weil die Form einfach falsch rum ist Wer bist du denn? Hup 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 Durch mich durchgelaufen Du siehst aber glücklich aus Für den kleinen Kack haben die ein Map-Change gemacht Hallo Hallo Sektor C Hm 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 Und wo bin ich? Hey Mr. Freeman Was denn? Ich hatte ein paar Messungen für dich Aber wir hatten ein System-Krash über 20 Minuten Und ich versuche immer meine Fälle Nur einer dieser Daten Ich glaube Sie hatten ein paar Probleme in der Testchamber Aber ich denke, das ist alles Entschuldigt Sie sagten mir, dass du da nachher gehst Sobald du in deinem Hazzard-Suit Hast du das zu? Wieso komm ich da nicht hin? Ich will, ich will, ich will dir helfen Ich kenn mich mit Computern aus Bist du Dr. Kleiner? Du siehst aus wie Dr. Kleiner Oh, du bist groß So klein kannst du nicht sein Ich lauf ganz schön schnell, fällt mir gerade auf Ich lauf, ich gehe mal Trolalalalal Ups Bin ich schon richtig gelaufen? Oh, das tut mir jetzt aber leid Äh Das wollte ich nicht Dann gehen wir lieber zurück Dann WTF WTF Sitzt du gerade unter deinem Stuhl? Ah Ah Trolalalalal Ich weiß nicht, was ihr alle wollt Aber ich find's cool hier Ich bin theoretischer Physiker Und hab keine Ahnung, was wir hier machen Aber es macht Spaß Und das sollte ich mir vielleicht merken Dass es hier First Aid Kack gibt Und ich glaube hier können wir dann später irgendwann noch rein Äh Ich guck mir so schnell vor Hier Kurz mal in die Option reinglotzen Ähm Die Sensitive Wii mach ich vielleicht einen Ticken runter Aber ansonsten ist das ja von der Ja gut Ich mein, ich bin immer noch so schnell, aber G-Man Hallo G-Man G-Man, was geht ab? Ich komm zu dir raus Es geht nicht Was macht ihr hier so drin? Ah, die malen Hallo Malt ihr ein Bild? Ah Wuhu Wasserstoff Helium Beryllium, Lithium oder andersrum Äh, Lithium, Beryllium Ne, Beryllium, Lithium Dann, äh, Stickstoff Sauerstoff Kohlenstoff Egal Ah, Laptop hier Natürlich Und was zockst denn du Feines? Ach, du zockst Du zockst Bussimulator 2008 Ah, wunderbar Wunderbar Ich zock auch was Ups Das ist ein Was? Geht nicht Kann es sein, dass das hier eigentlich das gleiche ist, wie da drüben, nur gespiegelt? Sieht nämlich irgendwie so aus Das war nämlich auch auf dem Bild, sieht alles gespiegelt aus Egal Geh mal wieder raus Hm? Hallo Natürlich kannst du Glaub mir, sobald ich ne Waffe abwehrt, sich das alles ändern hier Geh, G-Man Ja Idle-Animation for the win Kann ich hier reingehen? Ja Ach nee, da war ich schon Die haben ja gemalt Äh Ach du nee Also Ich verlaufe mich hier jetzt schon Hallo Kann man, nee, da kann man nicht rein Ich liebe es so rumzujumpen Einfach so Hallo Ja, du siehst aus wie Albert Einstein Albert Einstein No smoking area Dann gehen wir nach da Ich hoffe, das ist die falsche Richtung Keine Ahnung, wo kann ich hier Geh weg Ah, ich muss erst mal ein Hazardsuit anziehen Okay Hallo Der antwortet auch noch Ist ja geil Ist ja geil Ah, ich erinnere mich an die Stelle hier Wie geil Ich liebe das Spiel jetzt schon Soda, soda, pop Soda, popper Hab ich jetzt alle gedrückt Hier auch noch So, und jetzt noch Geld einschmeißen, ne Nein, ich hab Hunger Ja, ein Mülleimer Mülleimer sind toll Und was eigentlich mit deinem Essen hier ist Ich meine, es ist fertig Es ist schon explodiert fast Ich bin authorized personal Hallo Guck mich an Guck mich doch an Deine Warum müssen wir alle diese schuldigsten Tien tragen tragen? Frag Johnson Frag Bailey Frag Tilcy Frag Rilla Aber frag nicht Freeman WTF Oh, Entschuldigung Einfach mal so Was ist hier los? Ich glaube Ui Aber jetzt sollte ich erstmal meinen Spind angucken Wer ist das? Bist du mein Baby? Nein Was steht da drauf? The Orchiditer Das da oben ist, glaube ich, eine Auszeichnung fürs Einkaufswagens